Wir haben neben der therapeutischen und pflegerischen Arbeit, die letztlich die Kernarbeit ist, natürlich verschiedene Verfahren, wie wir das unterstützen können. Das kann medikamentös sein, das kann durch elektrischen Strom oder auch Magnetfelder sein und das kann durch spezielle Trainingsmaschinen unterstützt werden. Ein Gangroboter ist ein System, das dem Patienten ermöglicht, Gangbewegungen durchzuführen, obwohl er eigentlich eine schwere Lähmung hat. Da gibt es sehr verschiedene Ausführungen. Wir haben ein Modell, wo ein Exoskelett an den Beinen befestigt wird und der Patient Schreitbewegungen durchführen kann auf einem Laufband. Der Vorteil ist, dass ein so schwer betroffener Patient mit physiotherapeutischer Hilfe nur sehr schwer ins Stehen kommen kann und durch dieses System ist das sicher und mit hoher Wiederholungsrate für den Patienten möglich, was einen optimalen Therapieeffekt sichert. Was ist der Armtrainer? Der Armtrainer ist ein ähnliches System, der die Schwerkraft ausschaltet für die Armbewegung. Der Patient kann mit minimaler Armkraft Armbewegungen durchführen, das wird dann rückgekoppelt über eine virtuelle Realität am Bildschirm, also sogenannte Serious Games und das bringt den Patienten auch wieder eine hohe Wiederholungszahl, das heißt ein gutes Training und macht auch sehr viel Spaß.